Diese verhinderten Zwangsräumungen am Kotti und in der Lübner Straße zeigen, dass wir erfolgreich Widerstand leisten können. Eine Stadt für alle Menschen kann gegen die Interessen der Profiteure erkämpft werden. Deshalb gehen wir zusammen auf die Straße. Heute zu dieser Demo und am Donnerstag, den 14. Februar um 7 Uhr zur Blockade der Zwangsräumung in der Lausitzer Straße 8. Bevor wir jetzt losgehen, geben wir noch die Nummer des Ermittlungsausschusses bekannt. Solltet ihr Festnahmen beobachten, ruft dort an. Die Nummer ist 030 69 5 mal die 2. 030 69 5 mal die 2. Okay, Leute, jetzt geht's los. Seid fröhlich, seid wütend, seid laut. Wir bleiben alle.